Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside Clips zum nächsten Video. Heute gibt es von mir für euch wie gewohnt die Spieltagsvorschau vor unserer nächsten Partie und an diesem Wochenende, dem letzten Spieltag in diesem Klenderjahr 2023, geht es ja zum Abschluss für uns gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Somit treffen wir nach Osnabrück und Rostock auf eine individuell sicherlich stärkere Mannschaft, aber natürlich hat auch unser Team Selbstvertrauen getankt und auch laut Karel Gerrads den klaren Anspruch, morgen das Spiel gewinnen zu wollen. Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird und wir blicken heute eben wieder auf das aktuelle Personal, auf die mögliche Startelf von Gerrads, wie ich persönlich ihre aufstellen würde und natürlich gebe ich euch auch einen kleinen Einblick in die Fürther-Geschichte, was dort für eine Mannschaft auf uns zukommen wird. Also alles und mehr haben wir hier und heute in der Vorschau auf unser Heimspiel gegen Greuther Fürth. Legen wir erstmal los mit der tabellarischen Ausgangssituation und natürlich auch der Formkurve von Fürth und hier sprechen wir aktuell über Schalke als Tabellen-13er mit 19 Punkten. Wir haben ja bedingt durch die zwei Siege in Folge einen kleinen Schritt unten raus machen können, aber, und das ist für mich eben auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wir sind halt auch weiterhin nur zwei Punkte weg vom Relegationsplatz 16. Also es gab ja von manchen jetzt wieder die Aussage nach dem Spiel gegen Rostock, ach ja, wir sind ja nur noch neun Punkte weg vom Tabellenplatz 3. Also ich sehe erstmal die zwei Punkte nur weg vom Tabellenplatz 16. Die Aussage finde ich ist deutlich wichtiger und dahingehend gilt es einfach jetzt weitere Leistungen zu bringen. Wir hatten natürlich nur noch die wichtigen, vor allen Dingen auch zu Null-Siege gegen Osnabrück und gegen Rostock, aber Fürth ist schon eine super Mannschaft in der aktuellen Zweitliga-Saison. Denn die Fürther stehen aktuell auf Tabellenplatz 4 mit 28 Punkten und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, ja genau, Fürth ist punktgleich mit Tabellenplatz 3, denn auch die sind neun Punkte vor uns, punktgleich mit dem Hamburger SV und sind das formstärkste Team der Liga. Also wenn man auf die Formtabelle der zweiten Liga guckt, sind auch wir sogar relativ weit im oberen Tabellenmittelfeld mit dabei. Fürth steht dort aber sogar auf der 1. Man hat nämlich zwar letzte Woche unentschieden gespielt gegen Magdeburg, da war man lange Zeit das bessere Team am Ende, hat man es aber auch unnötigerweise hergegeben, da hat man ein bisschen nachgelassen, da gab es wieder ein Unentschieden. Davor hat man aber 5 Spiele in Folge gewinnen können und davon sogar 4 in Folge zu 0. Also vor allem noch defensiv haben sie eine große Qualität. Die letzte Pleite gab es gegen den HSV am 10. Spieltag. Zu Beginn der Saison hatte Fürth noch ein bisschen Probleme mit der Konstanz, da wusste man nicht so genau, wo geht es hin mit dieser Truppe. Mittlerweile ist man aber oben im Aufstiegskampf mit dabei. Und das überrascht mich zumindest mal auch etwas weniger, denn im Zweitliga-Check vor der Saison auf Kickoff habe ich schon gesagt, die Mannschaft hat eigentlich alles und doch durchaus Potenzial sicherlich dazu zu überraschen, weil ich finde, man hat einfach dort in jedem Mannschaftsteil eine super Mischung aus erfahrenen Zweitligaspielern, aber eben auch frischem Potenzial, Spielwitz, aber eben auch einer gewissen Stabilität. Und das macht Fürth eben auch so gut. Also sie spielen zum einen richtig guten Fußball und natürlich sorgt auch generell dieser Lauf der ungeschlagenen Spiele für ein unglaubliches Selbstvertrauen. Die Offensive hat zum einen Spielwitz, aber eben auch ordentlich Geschwindigkeit. Die Mannschaft will auch Fußball spielen und die Defensive hat sich in den vergangenen Wochen unter Zorniger stark stabilisiert. Man spielt oftmals aus der Dreierkette hinaus und dadurch haben eben auch es die Fürther geschafft, diese vier Spiele in Folge zu Null zu gewinnen. Und was mich bei Fürth immer wieder begeistert, ist eben auch, dass der Trainer mit Alexander Zorniger sein Team taktisch sehr flexibel auflaufen lässt. Also mal aus einer defensiven Grundordnung heraus, eher aus der Fünferkette, dann mal mit offensiver Power mit der Dreierkette. Also die Fürther haben schon unglaublich viel drauf und das macht sie eben auch so gefährlich für Freitag. Umso wichtiger ist natürlich auch, dass unsere Mannschaft liefert und dann ist natürlich immer die große Frage, welches Personal steht denn Karel Gerrerts zur Verfügung? Und dort gab es gestern auf der Pressekonferenz die einfache Aussage, keiner von den Spielern, die letzte Woche schon verletzt waren, kehren zurück. Also es gibt keine Veränderung im Vergleich zur Vorwoche im positiven Sinne. Es heißt somit, dass natürlich Müller, Greimel, Oedraogo, Drexler, Kabadahy weiterhin fehlen. Das überrascht sicherlich keinen. Aber auch Ron Schallenberg ist nicht mit dabei, der schon gegen Rostock gefehlt hat. Er musste ja vor dem Rostock-Spiel das letzte Training abbrechen. Man hört irgendwie weiter nicht so genau, was er eigentlich hat. Also ich habe zumindest noch nicht irgendwie was gelesen, was da eigentlich Sache ist. Aber Ron Schallenberg wird uns auf jeden Fall morgen gegen Fürth nicht zur Verfügung stehen. Wer uns dann im Vergleich zur Vorwoche fehlt, ist ja Sebastian Polter. Denn der hat sich ja am Montag eine Leiste operieren lassen, hatte ja zuvor schon ein paar Beschwerden gehabt. Und das natürlich zu einem Zeitpunkt, wo es ein bisschen bitter ist, weil eben unsere Mannschaft schon so ein paar Ausfälle hat. Er wäre sicherlich im Kader logischerweise dabei gewesen. Er ist recht nach seiner wirklich guten Torvorlage gegen Hansa Rostock. Er wird nun also ein bisschen fehlen. Das Fürth-Spiel logischerweise auf jeden Fall verpassen. Henning Matriciani war ja zu Beginn der Woche angeschlagen. Da gab es jetzt noch keine neue Aussage zu. Ich denke mal, dass er im Kader stehen kann. Und dann gab es auch noch mal interessante Aussagen zu unserer Innenverteidigung. Einerseits zu Ibrahima Cissé, der von Gerrards erneut gelobt dafür wurde, welches Potenzial er mitbringt und dass er ein super Spieler sein kann. Aber es gab auch ähnlich wie unter Thomas Reis erneute Aussagen dazu, dass es bei Ibrahima Cissé einfach aktuell nicht reicht und es einfach zu wenig ist, was von ihm kommt, um ihn tatsächlich in den Profikader mitzunehmen. Finde ich schon interessant, dass solche Aussagen erneut über Cissé gefallen sind. Bei Baumgartl ist die ganze Sache sogar etwas anders. Bei ihm wird noch mal betont, er ist an sich nah dran an der Startelf. Er haut sich immer rein. Gerrards ist aber halt auch sehr zufrieden mit Kaminski und Kallas. Und deswegen sitzt eben Baumgartl aktuell nur auf der Bank. Und ansonsten haben wir natürlich noch aus der U23 Nelson Amadin mit dabei im Training. Er hat sicherlich so ein bisschen Polters Platz eingenommen. Ist ja grundsätzlich Flügelspieler, kann aber auch mal als hängende Spitze agieren und ist einfach dann neben Kaperos und Van der Sloot auch noch im Profitraining mit dabei. Soviel also mal zum Personalupdate vor dem Spiel gegen Fürth. Und genau daraus habe ich jetzt mal die realistische Startelf gebastelt von Karel Gerrards, der auch auf der Pressekonferenz auf angesprochen wurde, was er denn von dem Satz hält, Never Change a Winning Team. Und da hat er auch schon durchaus gesagt, ja, macht natürlich auch durchaus Sinn. Aber es gibt natürlich auch Spieler, die sich dann aufdrängen, wodurch man dann doch die Startelf verändert. Und ich glaube, dass Karel Gerrards unsere Startelf auf einer Position verändern wird. Im Tor wird natürlich erneut Ralf Fährmann spielen. Und dann gibt es, glaube ich, eine Änderung in der Viererkette. Cedric Brunner wurde ja gegen Rostock für Matriciani angeschlagen, äh, eingewechselt, der wie gesagt auch angeschlagen war. Und Brunner hat es, finde ich, wirklich gut gemacht. Also defensiv keinen Fehler irgendwie drin gehabt. Nach vorne sogar auch ein paar gute Flanken geschlagen. Und deswegen für mich eine klare Geschichte. Gegen Fürth wird Brunner auch wieder in der Startelf stehen. In der Innenverteidigung haben wir natürlich auch jetzt durch Karel Gerrards Aussagen, glaube ich, auf jeden Fall mal die klare Herangehensweise, dass Kaminski und Kallas auf jeden Fall starten werden. Vor allem auch Thomas Kallas hat sich, finde ich, echt gut entwickelt. Und ist meiner Meinung nach auch aktuell unser bester Innenverteidiger. Linke Seite geht ganz klar an David John Merkin. Und dann wird sich, glaube ich, im Mittelfeld gar nichts ändern. Das liegt zum einen daran, dass eben Ron Schallenberg weiter fehlt, wodurch Paul Söguin auf jeden Fall auf der 6. Position spielt. Tobias Mohr sehe ich wieder über linke Seite kommen. Blendi Idrissi über die rechte. Es wäre schon in einer gewissen Art und Weise eine Idee, Karaman in den Sturm vorzuziehen und dann zum Beispiel Tempelmann reinzuschmeißen. Idrissi auf die 10, Tempelmann auf die rechte Seite. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen für unser Mittelfeld. Das wäre auch die einzige Änderung. Der Rest wird, glaube ich, so bleiben. Also ich gehe stark davon aus, dass Karaman, Mohr, Söguin, Idrissi allesamt wieder in der Startelf stehen. Und das noch vollkommen zu Recht. Einzige mögliche Änderung wäre eben, Karaman eins nach vorne zu ziehen. Denn da könnte meiner Meinung nach Brian Lassem jetzt auch mal tatsächlich Platz machen. Ich hätte schon damit gerechnet oder ich hätte persönlich es bereits gegen Rostock verändert. Da hat es aber Gerrits erneut auf Lassem vertraut. Und nun wird er es, glaube ich, erneut machen, weil es diesmal auch dafür schon taktische Gründe gibt. Weil ich glaube, dass sich unser Spiel gegen Fürth schon in die Richtung verändern wird, dass wir jetzt eben nicht rein von dem, was die letzten Wochen so los war, der Favorit waren, wie vielleicht gegen Osnabrück oder Rostock, sondern Fürth der Favorit ist und auch er das Spiel machen wird. Heißt, wir werden, glaube ich, schon in Umschaltmomente reinkommen. Und dafür ist natürlich ein Brian Lassem mal rein grundsätzlich nicht verkehrt. Trotzdem blicken wir gleich auch nochmal auf meine mögliche Startelf. Da wird sich nochmal ein bisschen was ändern. Und ich könnte mir vorstellen, dass man entweder Lassem rausnimmt und dafür Karamann eins nach vorne zieht oder es komplett anders macht. Realistischerweise gehe ich aber schon stark davon aus, dass Karel Gerrits erneut Brian Lassem das Vertrauen schenken wird. Daneben Simon Tirodde, der auch in den vergangenen zwei Partien ein wichtiger Faktor war, würde mich wundern, wenn der auf einmal wieder auf der Bank wäre. Somit realistischerweise glaube ich daran, dass Gerrits einmal verändern wird und eben dann mit Brunner für Matriciani. Matriciani. Und somit haben wir jetzt hier nochmal meine Wunschaufstellung sozusagen, wie ich aufstellen würde, wenn ich der Trainer wäre oder natürlich auch mit einer gewissen realistischen Herangehensweise mit dabei, aber eben auch mit einer eigenen Meinung. Und bei mir wäre es im Vergleich zur realistischen Startelf eine Änderung. Im Vergleich zur Vorwoche wären wir hier bei zwei Änderungen. Weil auch ich sehe es durchaus ein oder es ist durchaus logisch, dass Cedric Brunner starten wird. Alles andere wäre für mich ein Fehler. Brunner gehört auf jeden Fall in die Startelf hinein. Ansonsten glaube ich nicht, dass man in der Abwehr oder im Tor was verändern wird. Warum auch? Ich bin zwar gespannt, wie Kaminski diesmal funktionieren wird. Gegen Sieb, gegen Rogota, gegen Lemperle. Da kommt schon eine tolle Offensive auf uns zu und das wird für unsere defensive und ordentliche Challenge. Aber das ist dann vielleicht noch eher ein Thema für den Winter, wenn man vielleicht da nochmal nachlegen wird. So erwarte ich gegen Greuther Fürth, Kaminski und Callas. Und deswegen haben wir das jetzt hier. Möken, links, klare Geschichte. Im Mittelfeld hatte ich ja angerissen, dass schon eine Idee wäre, Lino Tempelmann zum Beispiel reinzuschweißen. Ich glaube nicht daran, dass einer wie Kaparos auf die 6er Position auf einmal rückt und Seguin wieder auf die 8er Position. Glaube ich nicht, weil es dafür auch Seguin gut gemacht hat. Aber ich würde es eigentlich auch genauso lassen. Also ich würde da gar nicht viel verändern im Vergleich zu den Vorwochen, weil das hat gut funktioniert in diesen beiden Spielen. Deswegen würde ich hier Idrissi, Seguin, Moor, Karaman genau auf die Position belassen, wo sie zuletzt eben auch gespielt haben. Bei mir wäre aber wie auch in der Vorwoche Keke Topp der Sturmpartner für Simon Terodde. Noch einmal, es kann taktisch durchaus sinnvoller sein, im Vergleich zu den letzten beiden Spielen auf Brian Lassum zu setzen. Wenn ich aber dann sehe, wie auch gegen Rostock, wie er diese zwei Chancen, ich würde nicht sagen kläglich vergeben hat, aber halt vergeben hat, dann brauchen wir dort einfach gegen Fürth deutlich, deutlich mehr Effektivität. Ich glaube nicht, dass wir da so viele Chancen bekommen werden und vielleicht wird da ein Keke Topp, der bislang noch bei Null Profitoren steht, ja genau seinen Moment haben und für uns dann vielleicht ein Tor erzielen. Und deswegen würde ich hier dann eben noch diese Änderung im Sturm vollziehen. Und somit bleibt dann noch am Ende die große Frage und die ist immer am spannendsten vielleicht auch für euch. Was ist denn nun drin für Schalke am Freitagabend? Und uns sollte allen erstmal klar sein, dass uns ein wirklich guter Gegner erwartet. Also wir spielen nicht gegen Osnabrücken, wir spielen nicht gegen Hansa Rostock, wir spielen gegen die Spielvereinigung aus Fürth und das ist nicht umsonst das formstärkste Team der Liga. Und ich glaube, dass wir vor allem auch eine richtig gute und stabile Defensive brauchen. Also die muss auf jeden Fall stehen, sonst wird es wirklich schwer. Aber ich sehe auch durchaus Chancen für unsere Mannschaft. Denn auch bei uns haben natürlich diese 2 zu 0 Siege in Folge für Selbstvertrauen gesorgt. Fürth bringt zwar generell alles mit, also in der Defensive haben sie alles, was man braucht, in der Offensive haben sie alles, was man braucht, plus noch einen guten Torhüter mit Jonas Urbich. Aber ich traue unserer Mannschaft zu, mit der heimischen Kulisse im Rücken schon ein gutes Spiel abzuliefern. Es braucht, glaube ich, auf jeden Fall vorne eine ordentliche Portion von Effektivität. Ich gehe auch davon aus, dass man eher auf Umschaltmomente bauen wird. Und ja, ich glaube auch, dass das mit Top und T-Rolle möglich wäre. Also Fürth ist eine spielstarke Mannschaft mit Tempo. Es ist ein ganz anderer Gegner als Rostock und Osnabrück. Aber noch einmal, es ist ein volles Stadion da. Es ist das letzte Heimspiel des Jahres. Da muss man einfach allein deswegen nochmal alles raushauen, weil danach ist Pause. Und man will natürlich gewinnen. Und ich traue es, Schalke trotz der Formstärke von Gräuter führt tatsächlich zu. Und damit hat sich bei mir auch die Wahrnehmung schon auch sehr verändert. Also ich bin immer noch sehr vorsichtig, was Schalke generell angeht, weil für mich die Mannschaft noch nicht so überzeugender geht, dass ich jetzt sagen würde, wir können auf einmal gefühlt jeden schlagen. Nein, überhaupt nicht. Aber bedingt durch die Rahmenbedingungen, durch das, was die letzten Wochen so los war. Auch dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft zumindest verstanden hat, von Anfang an da sein zu müssen. Und das ist eine Basis im Fußball, die da sein muss. Glaube ich schon, dass wir gegen Fürth eine Chance haben. Mit Effektivität in der Offensive und einer stabilen Defensive ohne individuelle Patzer. Dann ist auf jeden Fall was drin. Und jetzt interessiert mich nochmal eure Meinung zum Spiel gegen Fürth. Was denkt ihr, werden wir gewinnen? Wird es noch entschieden? Werden wir vielleicht auch wieder verlieren? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ebenso natürlich auch eure Startaufstellung. Dann sehen wir uns hier auf Schalke Inside Clips natürlich auch im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.